Herzlich Willkommen zum Halt mal die Backen Willkommen zum nächsten Tag von Let's Play Together GTA 4 es müsste jetzt Part 9 oder Part 10 sein kommt drauf an ob ich den einen Part wo ich mit Tonja alleine aufnehmen genommen aber auch hochlade aber ansonsten ist es jetzt Part 9 oder Part 10 Allof ich hab ihn einmal getroffen du scheiß Bitt Was ich wollte dich doch gar nicht abknallen was wir sind für keiner Ja genau verhaut mich doch nicht Krieg, Krieg Bürgerkrieg die Welt der Roller jetzt und die Kräfte alle Lass mich in Ruhe Da ich weiß, nur auch mal so Ach, fuck, Alter, übelst du jetzt auch verteidigt ich höre jetzt in der Roller und da man lasst das Lass mal hier Kindes machen, Alter Oh, die Leute jetzt, ihr könnt mich jetzt mal in der Allerjahre, bei mir habt ihr habt ihr es jetzt auch echt schon verschissen also, ne, ne mit so was für euch gibt ich mir gar nicht wo auch wieder gestartet und klar war es sei so scheiße ins Wasser und das Sprengen eine Rolle ist wir geben er kommt und wir wollen uns den die den Typen dort der uns nicht mag weil er lehrt weil er weiter und da im Ziel ist voll falsch gefahren oder ich komme an die Leer und er kann ja abholen oder auch nicht nein ihr das ist okay das können wir zwei Seiten die zu Wort der Elbecher Wichser schießt auf mich meine Fresse kein die so viel dazu dank ihr versorgt mich schon voll die Laune auf GTA ich werde das Spiel beenden tschüss bis zur nächsten Folge euch zwei Wichser die Flotten Alter mit euch will ich nichts tun haben übernimmt die Serie ich war euch ey lass mich bloß in Ruhe oder ich fick dich richtig auseinander Alter du mit deinem Billo Headset ey mit deinem Sprechst Laptop ey hau bloß ab er springt noch rüber macht eine Karamarsche aber du hast ihn die Schrottkarte ich habe ein High-End-Sportwagen aber den werde ich sowieso schrotten ich glaub noch mehr Unfälle in so kurzer Zeit geht nicht ich habe es gekriegt ich habe es gekriegt ich habe es gekriegt ich habe es gekriegt mach ihr Ogen auf verdammt nein ha 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 verdammt verdammt ach das ist gar nicht du rein A-Fa-Fa-K Eichweiß so kaputt wo Loll seit der Kasse geht so gut aus mich über alle Probleme auf zum Warnsinniger Rastertyp der auf Frauen aus auf Frauen bis zu den Frauen Pussy es wird in dem Fonds ich weiß gar nicht er ist auch so eine Pulsinie du überfährst mich nicht weil ich mir jetzt einen Holler nehmen so angepisst heute ohne Witz ey ich meine der wird schon gern von seinen Mitspielern gemobbt ey ohne Witz oh mein Kiefer einer von lauter Meckern ist mein Kiefer Fritz was ey Fritz was nicht geschafft was auch so hatte ich nichts mit Frieden oder so war er auch immer hätte drauf holen ab absteiglich so hat er er komme er hat da ich schießt sich noch tausend mal ab die Karte der Ratschart da hat er Toni falls ich dich aus was immer trefft weil du gerade meine Schusslinie läuft es mir leid Aua Aua Nein verdammt er hat er sich verhältlich wird er hat er über den feld er was nicht auf alle wirklich ein erster ich ich will noch klingel und los die kreis ich kreis hohohoho oder alle er hat der Brot der reihe der Dachpoel der reihe der hohe heute bis das ist ein paar Jahre da hat er erhält den Fäder die Gälder nur gut einladen sich ein solcher Weg bleiben das war er ist auch so für Scheiße der Kabel der Garten und der Stoff und die Bestandteile ich mag ich zwar nicht mehr aber dass ich einsteig ja du werdet sonst das steht Warte ich schieb dich ein bisschen schneller der Köln hat voll den Handy gegeben, oder? Geht der alten, dem Autos jetzt wieder? So wie die fährt anscheinend schon, Alter. Oh, ja, ohne Witz, Alter, die fährt da irgendwas zusammen, ey, siehst du das? Die ist Evil-Stone, Alter. Hallo, die ist doch schon lang tot, ey, da muss ich mir schießen. Die liegt mit dem Kopf auf dem Lenkrad, Alter, die ist grad einfach irgendwo hin und hergefahren, ey. Das war ein nettes Zocker, in der Welt. So geil, ne? Das hab ich kennengelernt, hab ich keine Türmechancen, da ganz toll. Weil ich lass den Spackowrad ein, was, im Moment. Oh, sorry. Da guck mal, ne, so denken, wie über dich, so reden wir mit dich, wenn du nicht da bist, oder wenn wir denken, dass du dich da bist, so. Er mag mich mehr als dich, ich muss mal meine Out-Tech-Folge mit rein schneiden, ne, da kommt Dordobuch, die sagt, wir lieben uns alle. Ja, ja, so, make love not war. Mach auf die Idee. Am besten 3er. Make love not war. Mein Auto, meins. Hast du einer nur bekommen? Huh? Nicht du. Verdammt. Jetzt ist meine Tür wieder ab, ey. Mach mal Boxauto. Wo komm, traurig, traurig? Kommt von der Krankenwan. Der siehst schon, au, au, Boxauto, da halt ich doch mal lieber an und guck mal nach dem Weg. er fahrt nicht er kann er fahren wieder zum Flughafen nach mir und lassen sich wieder mal schieben als ich sage ich aber letztes Mal gegen Verlust das Stadter hat aber 3.9 verloren welche Fall über diese Mordesamt vor der Palo Einti die Wixer sollen stehen da enthält und mit drei blauen Ender blauen Autos mit meinem verdammt die Fakten der Ausgleichsliefer der Pro die Wix die Wix zu sich bleiben stehen er ist voll die Gänge das waren Spaß hier das war nicht mal die Schlampe das waren zuhälter das ist es nicht eng mal die Baller und Schwerer und der Korrektoren zwar was der besten hier direkt Startmarkierung an Startpunkt also die Marktmachierung an Startpunkt die Seite hat es ab schon markiert Staten ich will ich kann auswählen und ich kenne sie wird das Leben in Westen Tasche ich kann ein Ressens ich kenne die Welt ist die Bede Wissen für sich und ich habe keine Wissen fortbringten das ist ein Leben ich hätte ich glaube ich habe sogar geschickt ich bin mir nicht sicher wer das ist da ist okay auf die Plätze was ich los ich fahr zwar schon lange, aber egal ich hab ein volles geile Lied, Alter die Musik in GTA 4 find ich auch geil, also allgemein in GTA und es gibt nie Copyright-Problem anscheinend das find ich am allergeilsten oh, ey, was haben die Scheiße oh, hier steht ein Ding ins Ohr, jetzt sing nochmal, Alter Kimplan, in Fernus, genau so ist das Kalkteil ey, dafür fährt der Eimer halb um den Block ja, ich glaub ich hab nicht weh wie war das mit Liberty City und eigene Westentasche da war noch was oh, diese Scheiße na klar, tschüss, tschau gehst du, oder was ist das los? das hättest du grad sehen müssen, Alter oh, geil ich hab's ja, ich mach so voll die coolen Sachen in unseren Videos ey, ich nehm mir nicht gern Lust ich bin grad wieder von der Brücke gefallen, ne und ich bin immer der Spasti der dumm durch die Gegend fährt und nix, äh, Spannendes macht ey, mein Auto seht, ja, ich... ne, das ist total am Arsch verdammt, ich glaube der kommt bei mir so an der Brücke vorbei ah, da muss ich gar nicht runter, verdammt wo seid ihr überhaupt, ey nein, bleib stehen, bleib stehen, stopp, 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 stopp ihr seid noch voll weit weg, ey guck dir die Karre an warte hehehe awesome die ist total am Arsch, Alter hey, du kannst Englisch ach, ne, ist... ist bloß die Weltsprache, ne, oder so awesome hey, ah, Entfernungs hab ich auch grad wieder in Rot cool lass mir das Medik-Ding, bitte na komm, raus was'n das Ding? Penal das Ding da ach, ich freu mich schon, wenn die zwei Folgen mit euch Spaß dies vorbei ist haha wie der fährt hier ich hab Angst in seiner Gegenwart warum denn? der fährt alles um nur mein Leben ranzukommen ey, ich bin, ich bin eigentlich voll gut geworden in GTA 4 was fahren, Amila ich bin noch nicht wirklich der Beste oder so oder irgendwie gut aber ich bin viel besser geworden als das erste Mal, wo ich das Spiel gespielt habe komm, Toni ey, ohne Witz ey, als ich das Let's Play von 13.13 gesehen hab hab ich zuerst mal gedacht ja, also komm es kann ja nicht so schwer sein, das Auto zu fahren ich weiß gar nicht, warum der sich so dumm anstellt und so schlecht fährt aber es ist echt schwer es ist halt schwer zu bremsen, rechtzeitig ich hab kein Problem mit fahren aber warum er keine Videos mehr macht, das find ich voll schade guckst du den auch? ja, ich hab ihn abonniert, aber er macht ja keine Videos mehr das war der allerbeste, den es gibt abgesehen natürlich von DB2LP ok, es sind so zwei, meine zwei ach, Just Cheap ist der Beste, Alter und Just Cheap, stimmt ah, bin ich dumm wo fährst du überhaupt lang, Manuel, Alter jetzt sind wir den Highwind lang ach so, naja, war es halt tausendmal umweg, aber sei Gott wer denn, was denn? wer fährt so lang wir sind bloß ein bisschen scheiße gefahren ich weiß gar nicht ja, ich hab's total auf die du bist an der Brücke bei mir vorbeigejumpt das ist so ein Stunt, Mann ihr seid irgendwo am Arsch der Welt ne, wir sind auf dem Highwind ja, komm, bleib, wir sind gleich ich seh' schon das Ding los was war das denn? das Auto fast ins Meer geschoben ey, ganz ehrlich, ohne Witz, nächstes Mal fahr' ich bei euch mit ich hab' keinen Bock mehr hier irgendwie uncool rumzutüsen und ihr macht da voll die ganze Sachen los oh, ach so na, ich will die, ich will die behalten, die ist cool obwohl, ne, die ist eigentlich nicht auch nicht cool bleib, wir stehen, warten auf mich ich hab' Angst alleine was hast du für ne Karre? nur immer noch diesen scheiß blauen Lotte eh so, Sultan? ja, bleib stehen, du Penis ok, ganz weit noch mal wann kommt denn ihr, hallo, wie lang? wir waren grad noch ein Megas ganz ruhig wir waren noch grad bei KFC, Alter wenn ihr, wenn ihr wenn ihr bei den genau so lahm seid bei dem Rennen dann ist kein Wunder, dass ich immer gewinne das hat nichts mit dem Cheat zu tun, ne Alter ich fahr' euch jetzt entgegen, ich hab' kein Bock mehr ich will auch was zu sehen wir sind da, wir sind schon da halt, da sind schon wir sind schon wir sind schon, wir sind schon die Flugzeuge Amen ja, mach' die Rampolage ich drehe die Autos schon wieder hey, fahr' mal hier rein, hier rein, hier rein oh shit scheiße ey, habt ihr meinen geilen J-Turn gesehen? also du cool ich muss mal kurz ans Leben, ey toll, jetzt bin ich falsch gefahren in dem Rennen jetzt probier ich mal richtig geil, um die Kurve zu driften ach, hier hast du den Sack hast du, scheiße ey, irgendwie haben wir's heut' nicht drauf wow also ihr schon, ich nicht ich guck' hier nur voll langweilig durch die Gegend und ihr habt den größten Spaß der Welt und ich bin auch noch der, der aufnimmt und ich nehm' das langweilige auch wenn du dann fahren wir jetzt, man damit ich auch mal was erlebe, ey GTA 4 ist so langweilig grade also wer will zählen? müssen wir das immer ausdiskutieren keine Ahnung, ich hab' keine Ahnung wer das ist und wer also auf die Plätze fertig los aber ich glaub' ihr gewinnt sowieso ja beide einen Spoiler drauf oh, diesmal hat die zwei wow, diesmal sind wir ungefähr alle gleich schnell ich hatte nur nen schlechten Start oh fuck, oh fuck, der scheiß Flugzeug, Alter ich hab' überlegt, ob ich dich da reindrücken soll irgendwie aber dann dachte ich mir, ne, ich riskier's lieber nicht fuck, nein tschüss fuck, Mann scheiße, nein Toni will ans Meer scheiße, Alter ja, Manu, du gewinnst hier voll aber Ende, der langsamste gewinnt, ey schlechter Start, aber dann richtig geil abgezogen Kurventechnik so, ey, aber fahr, setz eure Karren ja nicht in Sand beziehungsweise ins Wasser, gell dann können wir hier noch direktes Rennen umgekehrt fahren und mein, ich hol mir schnell noch ein wenig dann denk' ich bin in letzter Zeit zu müde, ey unglaublich früher ins Bett gehen, ne ja, ich geh doch schon 10 ins Bett, ey und nicht diese Wettshows auf 9 live angucken, ne ey, woher weißt du das? Spannender, ey wo wohnst du eigentlich, Warno? in Baden-Württemberg ach was ja in welcher Stadt? Nordrhein-Brunsdorf ich wohne auch in nem Kackdorf, aber es war keine Ahnung es war schon so ne Stadt, aber naja die in den Dörfern haben viel geilerere Internetverbindung, ey, ich wohne in Sigmaring, Alter äh, meine Kollegen da alle beschweren Internet voll Arme, ihr könnt nix machen, ne das schnellste Internet in der ganzen Stadt ist eine 16.000er Leitung, Alter äh, Manuel, warum schlägst du schräg? ich steh nicht schräg bei mir schlägst du schräg, Alter warte ja Leute, bei... ach jetzt, okay, bei mir stand es grad schräg äh, wer zählt jetzt? da wo gehend? auf die Plätze fertig los ich will mal wieder gewinnen, Alter das vermiss ich voll ey, Toni, Alter, geh nicht so ab ey, guck, jetzt warst du grad hier verlarmt jetzt bist du wieder übelst schnell ich glaub, du scheitest aber irgendwie ist es heute viel besser wow ist's bekloppt, Alter nein oh, ihr klingt Schwanzratten, Alter geil, Alter ey, nein auf wen schießt du gerade? auf dich nein auf Manuel kannst du erschießen der gewinnt sowieso nicht mehr aber ich fühl, ich weiß nicht ich komm mir grad irgendwie komisch vor, ey ich komm mir so vor, als würd ich nur gewinnen wollen und nicht irgendwie Spaß nur gewinnen Abogal Abogal ciao, nein, 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 nein oh, Alter, was warst du? der zieht mir noch mal das Heck weg, ey ey ich finde, das klingt auch übelst geil wie GTA immer auf den Dreck fährt, ey ey, das müsste doch für die Zuschauer übelst langweilig sein, oder? wir fahren hier immer nur Rennen ja gerne, komm, lass uns was anderes machen ja, ich finde aber für mich macht, für mich macht Spaß komm, starten wir mal wieder da vorne irgendwie lustig, ähm, mit Helikoptern irgendwas zu machen fahren wir noch ein Rennen? fahren wir noch ein Rennen?